Hallo, mein Name ist Eva-Maria Schaufel. Ich bin Friseurin aus Tirol und ich würde euch heute gerne auf das Projekt Marionette aufmerksam machen. Wie man hier sieht, wir sind in Tirol und alle können sich super bewegen. Es gibt aber auch Kinder, die dieses Glück nicht haben und Behinderungen haben. Und Projekt Marionette unterstützt diese Kinder und diese Familien und deshalb würde es mich freuen, wenn ihr uns etwas helfen würdet. Ihr könnt entweder dieses Video teilen oder an einer tollen Show am 02.02.2020 im Prag teilnehmen und Tickets kaufen oder ihr könnt einfach klassisch spenden. Alle Informationen gibt es bei www.w.w. projektmarionette.com. Danke und schönen Tag!